Werder Bremen konnte mit 4 zu 2 beim VfL Wolfsburg gewinnen und somit den nächsten Bundesliga-Sieg einfahren, den ich in diesem Video analysieren werde. Schauen wir uns zunächst einmal an, wie Wolfsburg mit Ball agiert hat bzw. Bremen gegen den Ball. Um das zu verstehen, hier erstmal die Ausstellung, die grundlegende 1-3-4-1-2, wobei die Schienenspieler meist nie ganz hoch geschoben sind, einfach um eine bessere Absicherung zu haben. Und vorne hattest du dann 3 Stürmer, wobei Wind eher als Zehner agiert hat, hat sich immer fallen lassen bzw. von Grund auf schon als Zehner gespielt, einfach um als Zielspieler eingesetzt zu werden. Wolfsburg hat viele lange Bälle gespielt, dazu komme ich gleich noch, oft auf Wind oder eben die 2 Stürmer davor, mit Amura und Tomasch 2 sehr schnelle und auch mobile Stürmer. Betrachten wir jetzt aber den tiefen Spielaufbau, denn Bremen hat Wolfsburg meistens hoch zugestellt. In einem Mann gegen Mann Pressing haben sie da einfach gespiegelt, beide haben in einem 5-2-3 agiert, dementsprechend war das relativ einfach das zuzustellen. Wolfsburg wollte es aber auch gar nicht erst flach probieren, sich hinten raus zu befreien. Man ist da immer in der ersten Halbzeit auf lange Bälle gegangen, hat diese aber relativ gut vorbereitet. Borno schob als zentraler Innenverteidiger der Dreierkette meistens nach vorne auf die 6 zu einem 4-1-2-1-2 könnte man es nennen von der Formation, um dann halt hinten den Raum für Grabara, den Torhüter zwischen den Innenverteidigern zu öffnen. Der hatte dann dadurch mehr Platz, ihm war natürlich auch kein direkter Gegenspieler zugeteilt. Und dort spielte man es dann so lange aus, bis Bremen sie durch das Pressing zum langen Ball zwang. Und der Plan war dann ganz klar, entweder Tomasch und Amura direkt tief zu schicken oder Wind als Zielspieler auf der 10 einzusetzen, der den Ball verlängern oder festmachen soll, um dann die beiden vor sich in Szene zu setzen. Das soweit der grundlegende Plan, inwiefern das aufgegangen ist. Dazu komme ich gleich beim Spielverlauf. Schauen wir uns aber zunächst noch einmal die Herangehensweise von Bremen an, wenn die im Ballbesitz waren. Und auch da wurde man direkt hoch zugestellt. Wolfsburg hat genauso in einem 5-2-3 Mann-gegen-Mann-Pressing gespielt, konnte da Bremen auch relativ einfach spiegeln. Ich würde aber sagen, dass das Wolfsburger Pressing nochmal etwas intensiver war. Die sind da schon ordentlich draufgegangen und das hat Bremen dann auch vor Schwierigkeiten gestellt. Man hatte allerdings auch Lösungen dafür parat. Man hatte viele Varianten, um das starke Wolfsburger Pressing zu überspielen und den Mannbezug aufzulösen. Grundsätzlich baute man aus einem 4-2-4 auf mit Agu als Linksverteidiger und Weißer, der auf der rechten Seite etwas höher geschoben ist. Im tieferen Aufbau nutzte man aber Zetterer als Torhüter sehr aktiv, quasi als zweiten Innenverteidiger, wodurch Agu dann auch auf der linken Seite etwas höher schieben konnte. Da Zetterer bzw. dem Torhüter generell im mannorientierten Pressing kein Gegenspieler zugeteilt ist, konnte Zetterer dann auch immer etwas in den freien Raum antribbeln, wobei die Sechser sich klug positioniert haben, um diesen Raum und dann auch Passwege auf die vordersten Spieler in der letzten Linie zu öffnen. Das war zum Beispiel hier in der Szene der Fall, da findet Zetterer dann mit einem Pass nach vorne Krüll, der den Ball da erhält. Allerdings war das dann auch immer relativ schwierig, weil die Wolfsburger es direkt am Mann verteidigt haben, hat Krüll den Ball erhalten, ist Kuliarakis, der linke Innenverteidiger, direkt an ihm dran gewesen, hat Druck gemacht. Dementsprechend war es schwer nach dem geglückten Pass nach vorne, weiteren Raumgewinn zu erzielen, aber auch dafür hatte Bremen Lösungen an der Hand. Denn nach erfolgreichem Überspielen der Linien gab es die ein oder andere dynamische Steil-Klatsch-Kombination, um dann weiteren Raumgewinn zu erzielen. Zum Beispiel hier ist es wieder Zetterer, überspielt er einige Linien, findet vorne Duxch, der entgegenkommt, hat aber direkt Gegnerdruck, lässt dementsprechend klatschen auf Linien, der spielt wieder zurück und er spielt nochmal auf Linien, der sich in den freien Raum bewegt. Und so hat man es ganz gut geschafft, das ein oder andere Mal das Pressing von Wolfsburg auszuhebeln. Hier nochmal eine Szene mit Zetterer, der da wirklich als zweiter Innenverteidiger agiert, war da auch flexibel, ob auf der linken oder der rechten Seite, hatte da dann auch etwas mehr Platz, wie die Innenverteidiger selbst. Friedl war immer Wind zugeteilt, dementsprechend war da eher an Friedl orientiert, den zweiten Innenverteidiger. Zetterer hatte dadurch etwas mehr Platz, ist dann auch immer ein bisschen in diesen freien Raum angetribbelt, war dann teilweise auch mit Ball höher, wie der zweite Innenverteidiger und teilweise auch die Außenverteidiger im Viereraufbau. Und das war schon sehr interessant zu sehen und das freut mich auf jeden Fall immer sehr, wenn ich sehe, dass Torhüter so stark ins Aufbauspiel mit einbezogen werden. Zetterer hat dann auch meistens gewartet, bis er wirklich angelaufen wurde, einfach weil dadurch, dass der Spieler ihn anläuft, dann ein weiterer Spieler von Bremen auf dem Feld frei wird, auch wenn man meistens eher versucht hat, den progressiven Pass direkt nach ganz vorne zu spielen. Weiter vorne ließen sich teilweise auch die Sechser in die erste Aufbaulinie fallen, dann konnte Agu wieder hochschieben, aber da war man grundsätzlich sehr flexibel. Wer dann diesen Viereraufbau besetzt hat, die drei Innenverteidiger waren gesetzt, aber der vierte Mann dazu war dann sehr flexibel. In dem Fall ist es der Sechser Lienen, der sich fallen lässt und so konnte man in dieser Situation unmittelbar vor dem Ausgleichstreffer das Pressing perfekt aushebeln, weil man sieht es hier ganz gut, Salih Özcan, der mit Arnold die Doppelsex gebildet hat, presst dann dementsprechend durch auf seinen Gegenspieler, der ihm zugeteilt ist mit Lienen, der sich aber fallen ließ, öffnet somit den Raum im Zentrum, da lässt sich dann Schmid hineinfallen auf die ursprüngliche Lienen-Position, bekommt dann den Ball von Friedl, hat er enorm viel Platz, kann sich aufdrehen, weil Wolfsburg, wir sehen es hier, es auch nicht durchverteidigt hat. Waffro, der rechte Innenverteidiger, müsste da eigentlich an ihm dran sein, ist aber in der letzten Linie hinten, daher hat Schmid Platz, kann das Spiel nach außen verlagern auf Agu. Kommen wir jetzt zum Spielverlauf und inwiefern diese Herangehensweisen beider Mannschaften aufgegangen sind, weil ich muss grundsätzlich sagen, das war ein sehr ansehnliches Spiel, da beide Mannschaften einen klaren Plan verfolgt haben, den ich gerade schon aufgezeigt habe und an dem auch größtenteils festgehalten haben. Bremen wollte sich spielerisch flach hinterheraus befreien, mit ansehnlichen Kombinationen, Wolfsburg hingegen hatte den klaren Plan, lang auf Tomasch und Amura zu spielen, entweder mit Wind oder direkt auf diese und dann so gefährlich zu werden. Beide Teams haben sich gewissermaßen gegen den Ball neutralisiert, durch dasselbe System und dieselbe Herangehensweise im Pressing. So gab es auf beiden Seiten immer wieder Ballgewinne, wodurch es in der einen oder anderen Phase ziemlich wild wurde und ein Hin und Her war. So hast du hier einen Bremer Abschluss, nicht mal 30 Sekunden später hast du hier diese Kontergelegenheit von Wolfsburg, die schlecht ausgespielt wird und dann geht es direkt in die andere Richtung. 6 Sekunden später hätte Bremen hier eine gute Chance, wenn der Ball ankommen würde. In Führung gingen dann aber die Wölfe, das ist ein Eckball von Arnold, Dux lässt Zedderer da alt aussehen, weil er mit dem Kopf noch leicht dran ist, ansonsten hätte Zedderer den einfach weggefaustet, so sieht es natürlich etwas dumm aus. Tomasch schiebt dann eben ein zur Wolfsburger Führung und diese war dann aber auch verdient, denn die Wolfsburger Herangehensweise war in der ersten Halbzeit definitiv erfolgreicher. Man kam mehrfach über den Doppelsturm in die Tiefe und dann zu vielen gefährlichen Abschlüssen rund um den 16er. Hier zum Beispiel schickt Salih Özcan Lang Amura auf die Reise, der setzt sich dann durch gegen Malatini, spielt auf Kaminski, der mit aufgerückt ist, dann aber an Zedderer scheitert und so hatte man einige Chancen, vor allem halt Abschlüsse um den 16er, dementsprechend waren die alle nicht ganz so gefährlich, aber man hätte hier durchaus in der ersten Halbzeit mit zwei Toren in Führung gehen können. Das geschieht allerdings nicht, Bremen hatte immer wieder vielversprechende Aktionen und Spielzüge nach vorne, aber man wurde nur selten zwingend in der ersten Halbzeit. Werder kommt dann aber mit einer Ducksflanke auf Weißer ziemlich aus dem Nichts zum zu diesem Zeitpunkt unverdienten Ausgleich. Nach der Halbzeit versucht sich Wolfsburg auch mal spielerisch zu befreien, Bremen kann dann aber den ein oder anderen Ballgewinn erzielen und kommt über daraus resultierende Chancen richtig gut ins Spiel, ist in der Folge des Führungstreffers auch spielbestimmend und mit einigen Hochkarätern. Aber schauen wir uns das 1 zu 2 auch mal noch an, denn das ist wirklich ein gut vorbereiteter und top ausgespielter Spielzug. Da bekommt Schmid, der mal etwas tiefer kommt, den Ball. Bittenkurt macht dann einen guten Laufweg, zieht Östscharn mit sich mit oder, ne, ich glaube es ist in dem Fall Gerhard, öffnet aber auf jeden Fall den Passweg nach vorne in die vorderste Linie. Da ist es dann Krüll, der den Ball erhält, direkt auf Ducks weiterleitet. Ducks macht es dann sensationell, bringt den über die Wolfsburger hinweg auf Krüll in die Tiefe, der dann den Volleyabschluss nimmt, an Grabara scheitert. Allerdings bekommt dann Agu den zweiten Ball und verwandelt ihn, ja, relativ glücklich. Aber das ist auch ganz gut, dass er da positioniert ist auf der linken Seite. Baku ist nicht bei ihm, er ist da völlig frei und gut, dass man den Raum besetzt hat. Beziehungsweise da wurde auch der Mut von Bremen belohnt, denn in einem sehr ausgeglichenen Spiel von den Chancen war es ja so, ich habe es vorhin gezeigt, Wolfsburg hat die Schienenspieler im eigenen Ballbesitz nicht ganz hoch geschoben. Bremen hingegen hat das gemacht und hier zahlt sich das aus, dass Aguda vorne steht und die Position hält. In der Folge wurde das Spiel wieder etwas wilder und Bremen trifft nach einem Ballgewinn gegen eine ungeordnete Defensive von Wolfsburg. Hier ist es andersrum, weißer Bedien-Duxch, der dann vollendet. Wimmer hielt es dann für nötig, kurz nach seiner Einwechslung schon für die Vorentscheidung zu sorgen, holt sich hier die rote Karte ab, Wolfsburg dementsprechend danach in Unterzahl. Man ist es dann aber eigentlich genauso weiterhin angegangen. Man lief weiterhin mannorientiert aus einem 4-2-3 dann an, hat den fehlenden Mann aufgrund des Rückstands, also aus der Defensivreihe herausgenommen. Zuvor ein 5-2-3, jetzt ein 4-2-3. Ja, man hat es ganz gut gemacht, dass man den ballfernen Außenverteidiger eher etwas tiefer platziert hat. Der ist nur nach vorne gegangen, wenn der Ball dann auf seine Seite kam. Dementsprechend konnte man es hinten noch einigermaßen kompensieren. Trotzdem macht sich diese Unterzahl halt einfach bemerkbar. Und Bremen kontert dann aufgerückte Wolfsburger aus. Die haben es nochmal probiert, hatten ihre Aktionen nach vorne, wurden aber nicht wirklich gefährlich. Zetterer bringt hier dann den Einwurf raus auf Schmid. Der spielt ins Zentrum auf Dux, der nimmt den Ball gut mit, öffnet den Raum auch mehr oder weniger für Krüll, der schon von hinten ankommt, bringt den Ball dann auch rüber zu Krüll, der das 4-1 erzielt. Das 2-4 aus Wolfsburgers Sicht ist dann mal noch eine gute Einzelaktion von Mehle, aber ihnen ist jetzt über das Team spielerisch nicht mehr viel gelungen. Hier zwar ein sehenswerter Treffer, aber ansonsten geschah dann auf beiden Seiten danach kaum noch etwas. So hat sich Bremen dann den Sieg eingefahren. Und wie ich finde, ist dieser Sieg auch verdient für Bremen. Auch wenn das die Expected Goals so nicht ganz hergeben. Die sind relativ ausgeglichen auf sämtlichen Plattformen. Aber Bremen hat auch in der ersten Halbzeit einige vielversprechende Angriffe nicht ganz zu Ende ausgespielt. Und dann eine richtig starke zweite Halbzeit gespielt. Klar war es relativ glücklich, dass man die erste Halbzeit mit einem Unentschieden beendet. Aber mit dieser starken Leistung in Halbzeit 2 war das auf jeden Fall, wie ich finde, verdient, dass man hier den Sieg einfährt. Auch wenn es am Ende fast schon zu souverän war für den Spielverlauf von den Chancen her. Aber da konnte man sich dann auch gewissermaßen bei Wimmer für diese rote Karte bedanken. Trotzdem Bremen für mich die bessere Mannschaft. Spielerisch natürlich ansehnlicher, aber auch mutiger, wie ich vorhin mit Agu gesagt habe. Mit der Positionierung der Schienenspieler. Deshalb geht für mich der Sieg definitiv klar. Und Bremen macht auf jeden Fall Spaß. Zumindest bei den Auswärtsspielen. Das soweit meine Analyse zum Bundesligaspiel zwischen Wolfsburg und Bremen. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zur Analyse oder eure Erkenntnisse zum Spiel in die Kommentare. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.